ich meine diesen brottag hier rein und bringe deine röhrchen erst mal vorbei nur standard röhrchen aber besser als gar keine röhrchen zum schmärsch da sind wir wieder das ist fast wie biemen gibt es noch so einen anderen zeit post modifelser 1 7 da gab es gibt es den da brauchst du den antik atlas oder setzte da die punkte wo du hin willst dann klicks schlägst du das auf und dann da drauf ist auch praktisch so und schmeißen die sachen einfach hier ins lager systeme rein mal gucken wo sie einsortiert werden irgendwo jetzt müssen wir natürlich genau wissen wo jetzt eigentlich der hier oben sind welche item undurchsichtig 54 stück richtig das sind die genau weil der fängt ja mal an um den als das erste teil nicht den slave sondern den controller controller da ringsherum im kreis bord immer weiter was am nächsten dran ist da schmeißt die sachen rein ein bisschen platz habe ich noch dann müsste es mal ein bisschen aufräumen normalerweise ja ja aber und eigentlich und eigentlich hier gucke ich hier ja so schon mal drei in drei schub fächern kartoffeln drin der größte zwei schub fächer raus leer kriegen wenn der upgrades machst dass da mehr rein passt ja das haben wir bestimmte rumliegen die alten sacks sind jetzt mal gucken wie es hier hinter aussieht hier alles ziemlich eng gebaut wie wollen wir jetzt die ganzen sachen wieder ja du kannst auf der anderen seite gibt noch einen zweiten eingang den zweiten eingang jetzt dafür eine rohze achte energie leitung ok ja der nachteil ist wir kriegen hier nichts mehr angeschlossen weißt du damit das zeug nach oben weg geht oder wir müssen die wand rausnehmen ganze wand ist seine tragende wand oder wir müssen die energie leitung unter die öfen lang setzt dass sie nebeneinander boss sich übereinander nebeneinander der kopf von hinten die leitung rausführen weißt du achso dann geht das nämlich auch wieder weißt du soll ich schnell umbauen in der nächsten folge ich mache jetzt der feierabend ach du gott ist auch schon wieder es ist so ok 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 soll ich dich solche wieder zum bettchen bringen naja los war so schön ich habe so gut geschlafen und was schönes getrunken und so meine türen zu machen nicht so viel rumlaufen du musst gleich ins bett ja etwas ruhiger bitte meine güte so satt bin ich auch das so schön so bett ja so schlaf schön schmerz bis zum nächsten mal träumen was süßes so eine gute schmerz verlassen wir haben eine ganze menge an material gefarmt So, und ich werde mich gleich mal ums Lagersystem kümmern. So, ab nach Silberburg und weiter geht's. Kurz bei uns nach dem Lagersystem gucken, ob das alles so ordentlich ist. Ja, Highlands, so. Was machen Sie denn hier? Und das meint sie, das ist so schön auch so? Alles hier ordentlich, guck mal hier, der Hügel hier so abgetragen, gefällt dir das so? Ja. Hier hinten, guck mal, guck mal, guck mal, hier, hier, guck mal da. Gefällt dir das, ja? Ja. So, guck mal so, ja. Hm? Okay, gefällt dir gut. Gott sei lagen, schweigen ab. Okay, Schuki, wenn der nix gefällt, dann ist sie wieder wie, hohoho. Was? Was? Wer klappert hier? Wer klappert hier? Wer klappert doch, wer? Höre ich doch. Los, rauskommen. Nein. Hier klappert doch was. Ach, wenn wir hier sind, kann ich mal ernten. Ja. Mach das. Ich krieg das hier heute alleine hin. So, ein bisschen mehr Spinat wieder. Ein paar Kartoffeln in die Hand hier auch. Ein bisschen Blümkel, ein bisschen Brokkoli, ein bisschen Salat hier, nehmen wir immer gerne. Ein paar Gurken hier. Ist der Weg eigentlich unten fällig gebaut? Auch noch nicht, oder? Naja, fast. Hat doch was. Juhu. Juhu. Das Kreuzchen. Juhu. Also, Auftrag in der nächsten Stream, beim Schwersch. Unten Umbau und alles anschließe. So. Mach alles nochmal so rein, schmähte hier. Hier klappert doch was, das höre ich doch. Bist du hier oben irgendwo? Nein, nicht. Aha. Da bist du. So. Erledigt. Muss hier einer von den komischen Zeugen Jehovas gewesen sein, glaube ich. So. Quietsch. Ähm. Ja. Na, upgrade Schablone. Nehmen wir zwei. Ähm. Was brauchen wir denn? Upgrade. Upgrade. Mit Eisen gibt es nochmal vier Mal. Diamanten gibt es 16 Mal. Smart gibt es 32 Mal. Das ist doch gut. Ja, jetzt brauchen wir nochmal vier Smaragde. Das ist doch mal. Ja. So. Was ist das? So, haben wir auch. So. So. So, schnell nach oben. Hm, beim Hafer ist auch was alles voll. Zack. So. Haben wir wieder volle Ladersysteme? Nee, ich hab grad nur so geguckt, so. Ja, du musst auch mal in der Küche gucken, dass ich mich was verbrauchen möchte. Ja, kriegen wir alles hin. Da hab ich schon wieder ein paar Pflanzen holt. Da ist es doch schön. So. Ähm. Achso. Hier sind Füllstandanzeige. Wie geht denn das Status Upgrade? Aber ich rette noch ein Komparator für euch. Ich rette noch ein Komparator. Was ist das dafür? Ähm. Redstone Komparator kriege ich so hin. Quarz. Stein. Redstone Fackeln. Gucken wir mal. Redstone Fackeln. Das sollten wir da hinkriegen. 164. Stecker. 148. So. Plupp. Die 16er. Stecker rein. So. Dann brauche ich einen Stein. Ist? Geht die Tür auf? Ich sehe gar keinen. Interessant. Quarz. So. So. Im guided. jetzt habe ich 16 komparatoren das geht richtig gut grüß gott was kaufst du schon wieder und was abgehört schablonen brauche ich wieder und redstone abgehört schablonen und redstone 16 redstone brauche ich 16 komparatoren dann brauche ich abgeschablonen wiederherstellen so was bräuchten noch dafür stecker fehlen mir viel stärker interessant schnell ein paar stecker bauen sagt club 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 dann auf toll toll 10 10 schnell gebaut hier die sieben kommt da rein ein paar stecker über davon sind acht füllstand anzeigen gebaut habe ich mal kein gold für ausgegeben kein geld einfach ein paar füllstand anzeigen hier einbauen können für die die ziemlich volllaufen weißt du kurkuma grepe fritz das läuft nicht so voll das läuft voll läuft auch nicht so voll das läuft voll ich guck mal hier mal so durch was hier so voll läuft weißt du zack da kann man anzeige machen so was haben wir hier ich habe noch drei anzeigen da haben wir alles soweit ist doch egal habe ich jetzt irgendwo jetzt hier drauf und dann ist gut zack so damit wird die ganze sache wieder gut laufen hier ist das ehrlich toll wunderbar einfach abwäscher brauchen wir eine schublade und holz tun und holz ok tun und holz davon haben wir am meisten holz sind noch immer so viel holz jetzt mal ein bisschen auf holzjagd gehen ich glaube ich mach das mal kurz ich geh mal kurz auf holzjagd ist gerade Tag oder ist gerade Nacht ist es Tag das ist doch wunderbar schau, geh mal holz holen ja ja dann mach das mal tja gehe ich auf den Weg hier runter der ist doch schon fast fertig und wir bis hier hin jawoll so wo ist meine super axt ich habe hallo ich finde meine super axt nicht mehr habe ich jetzt irgendwo verloren verlorter schreck ach du scheiße da muss ich zum fuß hacken jetzt habe ich gar keine super axt dabei ach nö mit einer normalen axt dann kommen wir hier kriegen wir auch hin so geht natürlich nicht ganz so schnell ist ja klar das heißt ich muss gleich wieder nach oben hoch und mir eine schöne axt wieder bauen oh man ey na gut Axt ist jetzt da nicht so schlimm wie so ein gutes Schwert sag ich mal stimmt hatte ich nicht geglaubt beim letzten mal auch schon dass ich meine gute axt verloren habe meine Kanada axt ich meine es weckt ja eh alles wieder nach hier jetzt haben wir ein paar wir holen den hier weg so die Birke kommt ja nochmal weg dann reicht es dann haben wir ein holz gleich mal wieder ordentlich zu brettern verarbeiten dann geht es schön nach oben wunderbar ach das ist ein schönes zu hause hier das wird uns ja wohl wirklich nicht beschwert ne ne das ist mal eine axt weg ich fasse es ja nicht ey ich weiß ich nicht oder habe ich noch eine reserve axt wenn ich mich mal eine noch mal bauen ich habe noch eine eisen holzfälle axt ist hier noch jetzt haben wir hier noch ein werkzeug da ist gar nichts drin da ist aber so ein eisen hackbeil drin ach dann baue ich mir schnell nochmal eine das geht doch schnell ich gieße mir gleich nochmal eine ich glaube das ist gut so ach die katze dreht schon wieder auf ei 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 so gibt kette gibt es hier noch genug energie natürlich nicht das habe ich mal laufen so habe ich die irgendwo mal verloren total so ein mist ja das ist jetzt aber ärgerlich so das heißt ich brauche eine schablone und zwar was brauchen wir noch eine schablone hammerkopfgussform ne kreuzschützer eine werkzeuggriffgussform die brauchen wir ich will bauen eine der breiter effektiv bei holz erde und pflanzen außerdem setzt es ordentlich zu rechtsklick agape stellen ob ich einfach mal ob ich einfach mal ein axtkopf brauche ich ein axtkopf brauche ich keinen schaufel habe ich keine axtkopf habe ich keine axtkopf da breiten wir einen ein strorch ich habe keine das gibt es doch wohl nicht das ist doch die kühler haben ein ei gelungen bei mir noch ein ei exzerwartock- dingsbumsform habe ich eine axtform hä bin ich jetzt blöd kann gar nicht sein breitkopf achts vorgibt sondern nachts form ist das es gibt ja noch nichts anderes oder dass du ja doch gibt es die hier die gibt es okay habe ich keinen stein dabei kein bruchstein kann ich so was denn ich haben sehr merkwürdig so dahin so stahl ist gerade gar nicht drin das ist ja toll stahlbaden 53 was da jetzt mal reinschmeißen in den ofen kann es ruhig machen ja 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 mal welche ein bisschen koks sagen wir hier koks kommt da rein ein bisschen eisenbar ein eisenbar 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 und fünf stück eisenblock zwei stück dann noch mal eisenbar und los geht's der arbeitet jetzt das läuft doch wunderbar so ich muss nach stahl das ist doch gut so kommen wir hier so das haben wir schon mal fällig ein stahl dann brauchen wir jetzt ein griff den griff machen wir aus eisen und eine bindung aus was mache ich jetzt die bindung das ist jetzt die große frage aus was mache ich die bindung was haben wir hier so tolles drin cobalt wie du mal aus cobalt kommen wir hier so dann auf eisen wieder umstellen ein stahlkopf so was eine axt ein stil achtskopf eine bindung hier heißt kanada ax wenn ich komme ich darauf das ist so doof da ist das baby geht nicht anders so jetzt muss man die europäischen pümpel sie so wie schnackig also massen da da war schon ein bisschen lädiert zeit habe ich ein resto noch drauf da habe ich eine neue aktie wenigstens hat ja auch was für sich keine ahnung wie die alte hängen gelassen habe ich weiß es nicht so mehr geht nicht aber ich habe uns wieder eine und das zählt nicht wahr so wie so ein komisches tolles erzählung gekriegt wo packe ich das da mal rein keine ahnung wo ich das hinpacke ich packe nochmal da rein ist das hier prima doris knolle was das denn sie sieht nach taumkraft aus ja taumkraft prima doris knolle das ist eine knolle rot machen sehr gut ich habe extra brot hier aus dem lager aus dem lager sehen wir mal ein bisschen was ne so item duckt gucken wir da nochmal ein dichtes item duckt vakuum item duckt so item so item so so